The name is Sherlock Holmes and the address is 221B Baker Street. Ja, hallo liebe Klemmersteinfans, liebe Freunde des gepflegenen Steinkombinierens, hier ist Ben Briggs und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Herzlich willkommen in der Baker Street. Ja, heute wird es ein bisschen nostalgisch und auch irgendwie modern, je nachdem, welche Version man nimmt. Ich bin ja ein großer Fan von Guy Ritchie's Sherlock Holmes-Film und natürlich aber auch gleich von der Serie mit Benedict Cumberbatch. Also Sherlock Holmes an sich finde ich eine sehr, sehr coole Figur, vor allen Dingen in diesen neuen Interpretationen. Ich bin jetzt nicht so der Oldschool-Typ, aber auf jeden Fall sehr, sehr coole Sachen hat es ja mittlerweile gegeben. Und Pat Tessy hat sich gedacht, Mensch, diese Baker Street, dieses Apartment mit dem Wohnzimmer und der Küche und so weiter. Das bringen wir doch mal raus als Set. Und als der Ben das gesehen hat, hat er gedacht, Mensch, das sieht doch geil aus. Aber ich kaufe es trotzdem nicht. Ich habe im Moment irgendwie anderes zu tun. Ja, ja. Und dann vergingen Monate und irgendwann, ihr habt es in einer der letzten Halls gesehen, hat der Ben trotzdem gesagt, ja, jetzt kaufe ich es doch. Und jetzt steht es hier. Und jetzt schauen wir uns das an. So machen wir das. Auf geht's. Ja, und da haben wir es auch schon. Das Set mit dem langen, tollen Titel des Sherlock Holmes 221B Baker Street. Ja, also das Sherlock Holmes Apartment von Pantasy. Die Nummer 86218 aus dem Jahre 2021.088 Teile. Und das Ganze für eine UVP von 89,99. Da oben könnt ihr sogar noch das kleine Preisschild sehen. Ich habe es bei Blue Bricks für 79,99 gekauft. Grundlegend habe ich ein bisschen recherchiert, habe es nicht wirklich günstiger gefunden. Dementsprechend, ja, seid ihr damit eigentlich ganz gut dabei. Ja, hier alles das, was es mit sich bringt. Ein Karton, schon leider ein bisschen abgenutzt. Aber schauen wir uns an. Die Anleitung und dann natürlich das maßgebende oder das namensgebende, so das maßgebliche Apartment von Sherlock Holmes. Fangen wir mit dem Karton an. Meistens zeige ich euch die Kartons ja nicht, aber gerade bei anderen Herstellern, bei Lego kennt man es ja mittlerweile, aber bei anderen Herstellern finde ich immer ganz spannend. Hier sieht man nochmal das Apartment von vorne. Wie gesagt, hier schon leichte Abnutzungserscheinung. Mir persönlich ist das egal. Nach dem Video wandert der Karton in den Müll oder wird anderweitig wiederverwertet. Genau, hier unten haben wir dann den Titel. Hier nochmal Conan Doyle Estate Limited. Finde ich ganz cool, weil Conan Doyle ist ja der Autor von Sherlock Holmes. Da oben das Ganze nochmal mit chinesischen Schriftzeichen. Ja, und an der Seite nochmal sehr schön aufgebracht Arthur Conan Doyle. Und dann einmal hier oben dann, da drunter noch Sherlock Holmes mit seiner typischen Mütze und der Pfeife. Jawohl, hinten drauf nochmal ein paar schöne Detailbilder plus die Figuren. Sherlock Holmes, Dr. Watson, Miss Hudson und natürlich der Gegenspieler von Sherlock Holmes schlechthin, nämlich James Moriarty, ganz genau. An der anderen Seite hier nochmal ein paar unwesentliche Details, die wir jetzt getrost weglassen können. Jawohl, dann haben wir hier diese wunderschöne Anleitung und das meine ich diesmal überhaupt nicht despektierlich, denn sie ist wirklich schön gemacht vorne drauf, schön gestaltet mit dem 221 Baker Street. Und wir haben innen drin, auch wenn wir natürlich nicht wirklich was lesen können, nochmal ein paar interessante Hintergrundinformationen zu dem Set, zu den Personen, den Dargestellten und nochmal ein paar Detailbilder hier aus diesem Set. Ja, Detailbilder brauche ich jetzt nicht unbedingt, ich baue es natürlich, aber es sind trotzdem schöne Sachen und ein paar Verweise sind ja auch das. Würde ich zum Beispiel gerne wissen, was das heißt. Muss ich im Nachhinein nochmal gucken, vielleicht kann ich es euch gerade einblenden, vielleicht auch nicht, dann müsst ihr selber nochmal recherchieren. Ein bisschen Arbeit müsst ihr ja auch haben, genau. Sechs Tüten baut ihr und dann habt ihr einmal hier die Küche und natürlich dann das zweiteilige Apartment mit den Figuren. Wir schauen einmal kurz quer in die Anleitung und sehen, so wird es gebaut. Es ist super gut erkennbar, wir haben immer rot umrandete Bereiche, die neu gebaut werden und die anderen sind in Normalfarben gelassen. So kennen wir es ja zum Beispiel auch vom dänischen Marktführer. Jawohl, so und wenn ihr dann gebaut habt, ich weiß nicht, wie lange ich gebaut habe, aber ich habe mir auch Zeit gelassen, weil das ist übrigens ein Manko, auf das ich gleich noch zu sprechen komme. Wenn ihr also dann gebaut habt, dann habt ihr am Ende dieses wundervolle, wunderschöne, kleine Appartement vor euch stehen. Jawohl. Kommen wir kurz zu den Minifiguren. Ich reihe sie gerade hier vorne auf und dann machen wir mal kurz ein Close-Up für die Minifiguren. Jawohl. Und da stehen sie, wie gesagt, Madame Hudson hier mit der wunderschönen Schürze und der Teekanne, richtig toll gemacht. Und weißer Haarpracht, auf dem Rücken noch die Weiterführung der Schürze. Leider keine hinterseitige Beinbedruckung vorne natürlich schon, das ist sehr schön. Dann haben wir Mr. James Moriarty mit seinem grimmigen Gesichtsausdruck. Ich schaue gerade mal. Hat auch noch einen noch grimmigeren Gesichtsausdruck. Hier sehen wir es kurz auf der Rückseite. Genau. Und er hat einen, ja, Torso inklusive Beinprint. Ich muss mal ein klein bisschen zurückbiegen. Jawohl, dann könnt ihr es besser erkennen. Schöner Anzug mit Pistole, alles dabei. Ist zwar eher ein Blaster aus Star Wars. Ihr seht es hier, eine Pistole wäre natürlich dann cooler gewesen, etwas realistischer. Aber hey, was soll's. Dann haben wir natürlich hier Mr. Watson mit der braunen Brechstange, einem wunderschönen, bis auf die Beine runter. Das haben wir übrigens bei allen Beinen hier unten. Bis zu den Füßen runter, die Schuhe sind angedeutet. Teuer Print auf jeden Fall. Und auf der Rückseite nicht wirklich was hier oben, noch ein angedeuteter schwarzer Kragen. Und das war es dann. Und dann haben wir noch Sherlock Holmes mit seinem Tweet-Anzug. Müsste einer sein, vielleicht wäre ich. Ich bin jetzt kein Fashion-Specialist. Falls ihr da einen anderen Namen habt, der richtiger ist, dann ist das gut. Lupe natürlich in der Hand. Leider keine Pfeife. Im ganzen Set fehlt tatsächlich die Pfeife. Das finde ich sehr bedauerlich. Aber der legendäre Hut ist natürlich am Start. Und auch er hat hinten auf dem Rücken eine Bedruckung. Hier an der Stelle finde ich es ziemlich bescheiden, dass wir auch hinten den Druck des Kopfes sehen. Also das finde ich richtig daneben. Sorry, aber generell sind die Figuren wirklich nett gemacht. Sie sind natürlich dem dänischen Marktführer sehr, 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 sehr ähnlich. Aber, und das können wir hier unten an den Beinen nochmal sehen, da stehen sie ein bisschen mehr an allen Seiten vor. Ich hoffe, ihr könnt das gerade, ob der Schärfe, ja, da könnt ihr es, glaube ich, ganz gut sehen. Da sieht es ein bisschen anders aus. Generell sind auch die Torsos ein bisschen, ja, sie gehen erst in die Breite und gehen dann wieder zusammen. Also nicht kastenförmig gemacht. Ansonsten, ja, wir kennen es natürlich, Aufnoppung hinten und so weiter. Also ganz ehrlich, das würde eins zu eins als Lego-Figur durchgehen, wenn man auf der Straße danach fragt. Das definitiv. Dass Bluebricks die Problemlos verkauft in seinem Laden oder natürlich auch online, das wirft natürlich vielleicht die eine oder andere Frage auf. Aber gut. Gut. So, jetzt Figuren weg und wir schauen uns das Apartment ein bisschen näher an. Ja, und da haben wir es auch schon. Alle drei Bausteine, die ihr baut, nämlich die Küche, der mittlere Teil des Wohnzimmers und der rechte Teil, alle aneinander geklipst. Hier vorne seht ihr es auch schon, das ist so ein bisschen, ja, als wäre es aus dem Haus herausgerupft und halt hier präsentiert. Finde ich aber schön gemacht, auf jeden Fall hier mit den Ecken. Das schreit natürlich und da verrate ich euch aber auch, glaube ich, nichts Neues. Es schreit natürlich nach einer Verwertung in einem Modular. Ihr könnt es aber auch, und da zeige ich euch mal was, ihr könnt es auch problemlos aber auch hinstellen. Denn, abgesehen von dieser Seite hier, finde ich, sind alle Seiten, auch außen auf der Rückseite, schön gemacht mit Fenstern, mit ausgestalteten Fenstern und Blümchen. Und hier haben wir auch noch mal ein Fenster, sogar eine Ranke an der Hauswand ist am Start. Also alles mit dabei, was sich das Herz wünscht, um dann ein solches Set auch interessanter dastehen zu lassen. Ich mache es jetzt mal auseinander, damit ich euch die einzelnen Bausteine etwas besser zeigen kann. So, da haben wir es. Ist an der einen Seite jetzt ein bisschen abgerupft, aber hey, was soll's. Wir fangen, da stehen wir die beiden mal nach hinten, wir fangen mit der Küche an und da geht es auch schon los. Manche sagen, es ist vielleicht ein bisschen zu modern für eine Küche aus der Zeit. Da gebe ich durchaus recht. Ja, ist halt Geschmacksfrage, ich finde sie aber super schön ausgestaltet. Also wirklich in allen Facetten, klar, hier liegen Zeitungen auf dem Boden rum, das würde wahrscheinlich in der Küche von Mrs. Hudson nicht unbedingt passieren. Aber dann wuselt da vielleicht gerade mal Sherlock Holmes durch und da liegt wieder irgendwas auf dem Boden. Alles, was ihr hier seht, an Teilen, wo was drauf steht, das sind alles Drucke. Von vorne bis hinten, alles Drucke. Wir schauen mal genauer hin, der Tisch mit Mikroskop sogar und auf der Fliese ist allerdings nichts drauf. Da gibt es von Lego eine coole Fliese, vielleicht mache ich die da hin. Sehr, sehr cool, dazu haben wir hier unten auf dem Boden Zeitungen und Briefe und in der Ecke ist sogar ein Käse für eine Maus. Aber ich glaube, die Maus ist nicht dabei, nein. Genau, und dann haben wir halt hinten Töpfe, Flaschen, Messer, Gabeln, oben die Dinger sind auch sehr, sehr cool. Äh, Gray-Tee, äh, Salon Orange, ne, oder was steht da? Salon Orange Poco Tea, Paco Tea und English Breakfast Tea. Alles schon sehr, sehr geil gemacht. Ja, und halt, wie gesagt, alles, was eine Küche machen soll, haben soll, einen Herd, einen Ofen. Der Herd, den finde ich nicht ganz so gelungen, da hätte ich eher mit schwarzen 1x1 Stuts gearbeitet, runden, also mit 1x1 Round Plates, aber kann man trotzdem so machen, dann die Spüle und alles ist dabei, auch an der Wand noch ein bisschen Zeug. Also schön, die ganzen, äh, Schränke hier oben sind leer, könnt ihr aber stopfen, wenn ihr wollt, habt ihr auf jeden Fall. So, das, wie gesagt, ist die Küche, kommen wir zum Wohnzimmer. Das Wohnzimmer ist auch, wie wir es gewohnt sind von Sherlock Holmes, vollgestopft mit Dingen. An der Wand ein Foto von, ein Bild von Sherlock Holmes, äh, im Schatten des Big Ben, da könnt ihr es erkennen, auch, wie gesagt, alles, Prinz. Der Schrank da hinten gefällt mir ausnehmend gut, also der da ist jetzt gerade leider nicht ganz scharf gewesen, aber richtig toll mit goldenem Knauf. Können wir natürlich aufmachen, ist klar, hoppala. Und dann sind da halt angedeutete Bücher, ne, wie man das so kennt. Dann haben wir hier in der Mitte einen Kamin, da drüber ein Metronom, sehr, sehr geil. Und hier unten auch wieder eine bedruckte Fliese, könnt ihr gerade nicht sehen, da. Da ist sie, genau, da haben wir sie, jawohl. Wird auch nicht schärfer gerade, ich weiß auch nicht warum. Ja, was fliegt denn da rum, das müssen wir uns ja gleich mal schnappen. Eine gebaute Geige. Ja, ähm, gut, Lego hat ja jetzt gerade einen Geigen-Mold rausgebracht. Ich denke mal, da werde ich mich bedienen, um die zu ersetzen. Denn für eine Firma, die keinen Geigen-Mold hat, ist das auf jeden Fall ein schönes, kleines, gebautes Ding. Ja, legen wir mal kurz beiseite und schauen nochmal weiter. Ein weiterer Hut am Hutständer, überall, wie gesagt, liegt auch was rum. Schachbrett, Karten, Zeitungen, Briefe, ein Telefon, ein Notenständer, Spring-Swing, ne, Spring-Song. Genau, in der Ecke Zeitungen, hier Flaschen bedruckt. Und auch hier dieses, äh, das soll, glaube ich, ein Totenkopf sein, hier hinten. Äh, vielleicht könnt ihr ihn jetzt besser erkennen, jawohl, da ist er. Und natürlich ein Regalsessel, interessant gebaut. Leider, und das zieht sich durchs ganze Set, keine Möglichkeit, Minifiguren aufzunoppen. Das finde ich sehr schade. Wir haben zwar Noppen, aber die werden alle für diese Dinge oder halt auch für diese Dinge verwendet. Und dementsprechend für die Figuren selbst müsst ihr selbst Hand anlegen. Auch die Sofas haben hier natürlich keine Möglichkeit, die festzunoppen. Das finde ich immer ein bisschen schade. Also ich finde, sowas sollte es haben. Ja, unten drunter braune Plates. Wer also braune Plates denn 8x16 braucht, da seid ihr auf jeden Fall mit zwei Stück gesegnet. Und dann haben wir noch den Teil. Auch da gucken wir natürlich unten drunter. Hier haben wir nur eine 6x12 Plate, aber auch sehr schön. Dann haben wir den Elch, der ist gerade irgendwie ein bisschen schepp. Ich weiß auch nicht, warum. Eben war er noch gerade. So. Ja, was haben wir hier? Ich hätte jetzt fast gesagt den goldenen Colt. Vielleicht ist es einer. Ich bin jetzt bei Sherlock Holmes nicht so tief drin. Aber bei goldener Colt denke ich eher immer an James Bond als an Sherlock Holmes. Aber egal. Hier die Schreibmaschine mit den angedeuteten Tasten. Das ist sehr schön. Hier hinten der Hebel, um das immer weiterzumachen. Ein Brief, weitere Briefe und so weiter und so fort. Wir hatten es eben schon. An der Wand der Totenkopf. Das ist natürlich richtig klasse gemacht. Also schön ausgestaltet. Kann man definitiv nicht anders sagen. Und was so die Bautechniken angeht, die Sofas und Sessel sind klasse gebaut. Hier kann mal einer sitzen. Da haben wir zwei Noppen. Das ist sehr schön. Aber ansonsten habt ihr halt keine Fixierungsmöglichkeiten. Ja, den Rest hatte ich euch ja gezeigt. Ja, und wenn ihr dann nichts abgerupft habt, so wie ich, könnt ihr dieses Teil wieder hier dran machen. So. Das ist halt so ein bisschen flexibel. Kann man so hier aufklappen. Aber ansonsten, ja, Geige rein schmeißen. Und das hier wird über Technikpins, ihr seht es natürlich hier, an diese Seite hier dran gepinnt. Die Durchgangstür haben wir auch. Da ist natürlich kein, ähm, kein, ach komm schon, keine Tür drin. So, das ist also das Apartment. Sehr schönes Set auf jeden Fall mit, jetzt ist wieder hier Rumspackeritis angesagt. Naja, gehen wir mal ein bisschen raus. So, das ist besser. Jawohl. Und dann haben wir natürlich, wie gesagt, hier die tollen Figuren. Miss Hudson in der Küche. Das ist zwar klischeehaft, aber richtig in dem Fall. Dann haben wir hier noch Mr. Watson, Mr. Sherlock Holmes und den fiesen Moriarty, die dir vielleicht gerade hier zum Fenster hineingestiegen ist. So, da ist er. Der Fiesling. Genau, ja, schönes Set auf jeden Fall. Oh, schönes Set. Schönes Set. Tolle Details, Drucke, tolle Steine auf jeden Fall. Die Figuren sind toll bedruckt. Auch interessante Formen, aber so ganz überzeugend tun sie mich tatsächlich nicht. Gerade vom Gesicht. Und was leider bei Sherlock Holmes selbst passiert ist, hinten mit der Hinteransicht, finde ich persönlich eine Katastrophe. Aber, naja, sowas passiert ja auch bei anderen Firmen. Wie wir wissen, dementsprechend müssen wir da vielleicht ein bisschen Abstriche machen. Ja, 1088 Teile für 90 Euro ist sicherlich nicht die unterste Preiskategorie, wie andere Firmen das noch fahren können. Trotzdem macht es Spaß und es ist ein tolles Set in diesem Sinne. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Ein wirklich tolles Set mit ganz tollen Steinen, mit tollen Drucken, mit tollen Details. Und mit Minifiguren, ja, die okay sind, sagen wir es mal so. Also, die Torsos und Beine und so weiter und auch die Accessoires sind cool. Die Gesichter gefallen mir irgendwie nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir haben sie jetzt, mich haben sie nicht ganz so angesprochen. Also, ich habe hier überhaupt kein Problem mit, oder beziehungsweise ich weiß genau, dass man in China richtig geile Minifiguren macht. Klone von Lego, ja, ich weiß aber dreimal so gut wie Lego, gerade was den Druck angeht. Nicht die Qualität, die ist meistens ein bisschen drunter, aber was den Druck angeht und auch was die Gesichter angeht, haben wir immer, habe ich sehr, sehr schöne schon gesehen. Und die jetzt... Weiß ich nicht, muss das? Oh, nee. Ja, es muss natürlich und es ist auch okay. Aber das soll jetzt auch nicht das Ganze überlagern. Ich finde das Set richtig klasse. Kann es auf jeden Fall jedem empfehlen, der da Interesse dran hat. Oder der vielleicht sagt, genauso wie ich, hey, ja, Sherlock Holmes ist das eine. Ich werde es mir jetzt nicht ins Regal stellen, aber vielleicht habe ich ja ein leeres Modular, was noch kein... Also, ein Modular, was noch kein Innenleben hat. Äh, 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 Großer. Und, äh, oder ich baue selbst ein Modular, was noch kein Innenleben geplant hat und dann kann ich ja ganz wunderbärchens dieses Modular oder dieses Set da hinein integrieren. Und das werde ich demnächst tun. Genau so werde ich es machen. Und da freut euch schon mal drauf. Das wird spannend. Und, äh, ja, bis dahin würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir eure Meinung zu dem Set gerne in die Kommentare. Was ist eure Erfahrung mit Pantasy? Ich weiß, im Moment wird der Markt so ein bisschen überschwemmt, weil Pantasy sich gesagt hat, hey, jetzt schreiben wir mal alle 30.000 YouTuber an, die mit Klemmbaustein zu tun haben und gucken wir mal, wer uns da was vorstellt. Äh, ich gehöre auch ein bisschen dazu. Aber das ist nicht gestellt. Das habe ich euch ja eben, äh, gesagt. Das ist mein sauer selbst gekauftes Set. Aber ich fand es trotzdem, es lohnt sich auf jeden Fall. Tolle Qualität kann man auf jeden Fall machen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid und jetzt nichts mehr verpassen wollt, denkt dran, dieses Set wird ja integriert in ein Modular. Ich habe es euch ja eben erklärt. Dann drück auf den Abo-Button, aktiviere die Glocke und dann bist du auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, Bad Bricks zeigt euch was Feines. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Baut was Schönes, mockt was Schönes, bleibt vor allen Dingen gesund. Und ich sage, ciao! Bis zum nächsten Mal.